Wenn du eine extrem modische, schön warme und außergewöhnlich reflektierende Weste suchst, dann geht an der Nike Aeroloft Flash Weste kein Weg vorbei. Diese Laufweste hat so einiges zu bieten. Dabei ist ihre größte Stärke natürlich der großflächige, stylische und auffällige Siebdruck, der deine Sichtbarkeit selbst bei schlechten Sichtverhältnissen deutlich erhöht. So bist du von allen Seiten zu sehen und dadurch viel sicherer unterwegs. Einen guten Kälteschutz bringt die Weste auch mit. Dabei ermöglicht die 800 Gramm Dauernfüllung eine gute Isolation und hält dich und deine Muskulatur auf ganz natürliche Weise warm. Außerdem schenkt sie so einen hohen Wohlfühlfaktor, ganz egal ob du sie beim Laufen oder bei anderen sportlichen Aktivitäten trägst. Bei näherer Betrachtung fallen die kleinen Poren auf der Vorder- und Rückseite auf. Dies ist ein ausgeklügeltes Wärmeleit- und Belüftungssystem. Zusammen mit den feinen atmungsaktiven Dry-Fit-Fasern ermöglicht die Weste so den Grad an Wärme und Belüftung, die du beim Training brauchst. Natürlich kannst du deine Schlüssel und Co. sicher verstauen. Dafür gibt es eine großflächige Reißverschlusstasche am Rücken. Wie du siehst, ist die Nike Aeroloft Flash Weste schick, vielseitig und ein wärmender Begleiter, mit dem du gut sichtbar unterwegs bist. Es gibt übrigens noch andere sehr schicke Textilien in der gleichen Kollektion. Und alles zusammen bekommst du über deine Runners Point Filiale oder hier online unter www.runnerspoint.com.